so willkommen zurück ich frage mich was ist jetzt ich bin jetzt eine zeichnung sprechen ich bin auf jeden fall das mega cool gerade irgendwie das abwechslung hallo geht es dir gut ich kann bei dem vorbeigern was ist mit deinem freund passiert er hat die wahrheit gesucht und die wahrheit hat seine seele zerstört lass uns nun bitte alleine dein kopf verängstigt die kinder kannst du mir sagen wo dein freund riskiert hat die erleuchtung zu finden er ist zum weißen propheten gereist hinter den feldern des todes aber ein rund kopf für du wird es nie schaffen geht es dir gut was ist in den gliedmaßen passiert nein sowas wie würdest du dich fühlen wenn ich wenn ich dich fragen würde was mit dem seltsam gefamten kopf los ist ich wollte dich nicht leidigen nerven anderen hallo beachte meine schwester nicht sie ist etwas verrückt in letzter zeit liegt wohl an der sonne kein problem unsere vorfahren wurden von großen wurde vom großen biesterfleisch seit der zeit unsere leute ohne gliedmaßen gezeichnet was für ein monster könnte sowas tun wir reden nicht über solche sachen wenn du mehr darüber wissen willst musste das orakel in den feldern des todes befragen bist du das große monster fick dich selber nein tut mir leid schenken keine beachtung meine laune ändert sich mit dem stand der sonne das große monster wurde schon seit jahrhunderten seit hunderten von jahren nicht mehr gesehen weißt du wo der prophet ist du meinst den verrückten alten kautz der hinter dem tod lebt einfach die leiter unter das ist immer die leiter unter ja das dachte ich mir schon ich finde das gerade so krank da wurde ausradiert hallo du hättest nicht hierher kommen sollen wo bin ich an einem dunklen ort ist das das feld des todes schreckliche gedinge geschehen wird die sonne erlischt dies fällt des todes wegen dem radierer gemeint bist du der prophet ich habe viele namen weißt du etwas über das große monster es kroch vor vielen jahren durch das große loch es verwüstete alles für jahrzehnte bis es durch eine große explosion im himmelstiel gelegt wurde viele dachten das monster wäre tot aber wir wussten es besser was ist das große loch vor iron haben wir das große loch erschaffen in dem papier ähnlichen material dieser welt ein loch welches das gesamte wissen des universums beinhaltet wie komme ich dorthin was ist dir die wahrheit wert alles was was da ist das große loch das war noch laut als sonst immer entschuldigen sie mich herr fischer sel wach auf oh in der schule höh das sieht für mich nicht nach mathe aus oh entschuldige ich war gerade total in gedanken ich habe den test schon fertig dieser eine schüler den man ganz viert nach hinten blickt wenn man sagt man den test fertig das ist genau dieser blonde schüler da ich weiß du hast wieder einmal einen perfekten test geschrieben sehr gut versuche einfach den rest des unterrichts wach zu bleiben okay klar wird es wieder vorkommen der unterricht ist fast vorbei bitte gibt den test ab bevor es dem klassenzimmer geht hey freak niemand mag einen streber sally face niemand mag einen klischee mauber travis hast du nichts besseres zu tun dass die ash wieder halt die fresse bitch ich habe nicht mit dir geredet weißt du wenn du endlich den stock aus deinem arsch ziehen würdest würdest du vielleicht sogar spaß haben oder auch sogar ein paar freunde finden fick dich wurm ich habe mehr freunde als du jemals haben wirst hast du deinen daddy mit zunge geküsst ich bin mir sicher er bist du heile arschloch geht es dir gut sel alles okay kommen wir mit dem rektor melden nein keine sorge deswegen es wird das ganze nur noch schlimmer machen glaub mir sel du blutest es geht mir gut wirklich hier nimm meine bandana warte ich du kannst mir Sie sieht ihn ohne Maske. Sieht aus, als wäre es nur ein Kratzer. Keine Sorge, man kann es nicht mal wirklich sehen. Danke, Ash. Dude, was ist passiert? War ich schon wieder Travis? Travis, dieser Arsch, ich springe ihn um. Larry, mir geht es gut, es ist okay. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Sel hat recht, wenn wir uns einmischen, wird es noch schlimmer. Nicht, wenn er tot ist. Dann würde vermutlich die Schule heimsuchen und wir wären mit diesem Idioten weitere zwei Jahre hier gestraft. Ha, das sagt gerade die Gruppenskeptikerin. Ihr wisst, dass ich euch liebe, Jungs, aber diese geistige Geschichten sind selbst für mich zu viel. Also lassen wir Travis einfach so davon kommen. Es ist nicht wert. Es ist es nicht wert. Denkt doch mal nach. Wer weiß, wie es bei ihm zu Hause sein muss. Er hat einige seinen Wut aufgestaut. Da muss doch irgendein Grund sein. Deswegen hat er auch vielleicht das blaue Auge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wütend ist, weil sie den Fleischwurst-Sandwich-Tag auf morgen verschoben haben. Ah, okay. Hä? Ernsthaft? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der es das schlechteste Essentag so sehr liebt. Es ist wie ein Gefängnis essen. Und er mag nicht mal den Pizza-Freitag. Wer mag keine Pizza? Das ist unmenschlich. Und ja, sie hat recht. Vielleicht ist er ein Alien. Ha, genau was wir noch brauchen. Psst. Larry. Ich werde dir helfen, Travis zu töten, wenn Sal nicht hinschaut. Das habe ich gehört. Am nächsten Tag, der Fleischwurst-Tag. Nocfell High School. Psst. 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 Die gute Küchenhilfe. Hey, da ist Chuck auch. Und Todd ist auch da. Habe ich diese Fleischwurst seltsam für euch? Ich dachte, die letzte Woche wäre seltsam gewesen, aber diese scheint schlimmer. Ich habe gehört, es ist aus Ziegenfleisch. Haben letzte Woche nicht sogar eine Handvoll Kinder sich nach dem Fleischwursttag krank gemeldet. Ach, Leute, ruiniert mich doch nicht das Essen, bitte. Das ist ein Zieg Gute am Tag. Gruppenkuscheln. Klar. Ich auch. Bin dabei. Viel Spaß. Ich werde mit Chuck hierbleiben. Gruppenkuscheln. Wir müssen herausfinden, ob irgendwas mit dieser Fleischwurst nicht stimmt. Vielleicht war es schlechtes Fleisch. Oder es ist einfach schon abgelaufen oder so. Oder schlechte Ziegen. Ich sag's dir. Das Zeug ist seltsam. Es schmeckt nicht mal nach Fleisch. Das ist wahrscheinlich gemixtes Billigfleisch. Verschiedene Tieren. Rind, Schwein, Huhn oder Trute? Pute wahrscheinlich. Todd, Gott. Du schaffst es mir doch, dass mir schlecht wird. Das ist wie der Hotdog-Vorfall. Ich hoffe nicht. Sie hat vielleicht recht. Da könnte irgendwas mit dem Kartino-Fleisch nicht stimmen. Ich möchte das Entwischheiß zum Wissenschaftslabor mitnehmen. Und sieh, ob irgendwelche Bakterien oder Hinweise auf Abgelaufenes da drin sind. Okay, Eis. Du gehst mit Todd und hilfst dem Labor. Larry und ich versuchen, mir einfach so mit dem Fleischwurst zu kriegen. Hört sich nach meinem Plan an. Cool, jetzt müssen wir in der Schule die Fleischwurst-Skandal. Mit Kim? Wer ist Kim? Maple plus Chuck. Hi, I'm Larry. Hey, Maple. Isst du nichts zum Mittag? Meine Mama hat mir wieder ein Erdnuss-Butter-Gelee-Sandwich gemacht. Langsam kommt es mir echt zu den Ohren raus, weißt du. Ah, also wenn du nichts isst, natürlich kannst du Sam-Chuck. Cool. Travis. Dachtest du mir doch, dass ich hier Müll rieche? Na, was habt ihr Noobs so vor? Warum sagt er Noobs? Verzieh dich, Travis. Musstest du irgendwelche Sandwiches essen? Glück für euch, dass Fleischwurst-Tag ist. Ah, das ist Kim. Geht's auch noch wohin? Flur. Hey Kim, wir haben eine Frage zu Fleischwurst. Kannst du uns sagen, wo die Schule sie kauft? Darum wollt ihr das wissen. Stimmt das mit Kipps kochen nicht? Nein, nein, wir wollten es nur wissen, wo... Ihr Kind, das heißt doch wieder auf eure Stühle. Keine weiteren Fragen. Können wir vielleicht die Verpackung oder... Keine Verpackung oder so für euch. Nur eure fucking Hintern auf den fucking Stühlen. Los geht schon. Was für ein Fehlschlag. Sie sieht immer so unglücklich aus. Ich frage mich, warum sie immer noch hier ist. Als würden die Kinder sie krank machen oder sowas. Hey, was, wenn Kim das Essen vergiftet? Ich weiß ja nicht, ob wir noch weitere Verschwörungstheorien brauchen können. Aber wir könnten es mal in Betracht ziehen. Warum versuchst du nicht mal ins Rektorbüro zu kommen, um da nach Dokumenten zu suchen? Währenddessen gehe ich mal nach Todt ziehen. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Die haben gerade Unterricht. Was war das für ein Zimmer? Ich habe es gar nicht gelesen. Frau Packersons Gassenzimmer. Okay, das war wahrscheinlich unsere Klasse. Das Final-Examen ist am 23.05. Und natürlich wie immer Mathe. Es ist immer Mathe. Schulflur 2. Wissenschaftsdabor. Ah. Einstein. Oh, Klebestreifen. Das ist hot. Etwas gefunden? Und auch nicht. Hast du die Inhaltsstoffe? Nein, noch nicht. Wo ist Ash? Sie ist ein paar Materialien holen gegangen für mich. Ich habe sie zur Hausmeisterkammer geschickt. Eigentlich dachte ich, sie wäre schon wieder zurück. Bin gleich zurück. Ich bin für Ashley. Hm, okay. Okay. Die haben gerade Unterricht. Es haben alle gerade Unterricht, außer wir scheinbar. Pausenplatz. Oh, Disneys große Pause. Da liegt ein Ball oben. Ball. Nice. Dass man mehrmals an den Baum schütteln kann, wo nichts dasteht. Das habe ich jetzt auch nur durch Glück herausgefunden. Das ist ja in dem Flur. Fenster. Die Lehrer sind hier drin und essen. Vögel. Ich sehe nichts. Sie verstecken sich wohl. Na gut. Dann wieder rein in den Flur. Glück bis jetzt. Die Lehrer sind alle im Lehrerzimmer. Ich warte auf den richtigen Moment, um mich vorbeizuschleichen. Ah, okay. Cafeteria. Herrensoilette. Mit C. Cool. Das geht aber nichts Besonderes. Und die Damen-Toilette. Da sollte ich lieber nicht rein. Spinnt. Es ist verschloss mit einem Büroklammer. Könnte ich das reinschaffen? Ich habe Klebeband und Tennisball dabei. Hä, aber wie sie... Sehr spinnt. Oh, okay. Ähm... Bücher? Nur ein paar meiner Schulbücher. Todd hat mich überredet, den Physikunterricht dieses Jahr zu besuchen. Und um ehrlich zu sein, macht es mir auch echt Spaß. Die Welt, der wir leben, ist so faszinierend und voller Geheimnisse. Ja, das stimmt. Cooles Bild. Ein Foto von unserer Halloween-Feier. Es war super. Ich habe so ein Glück mit meinen Freunden. Dieser Rucksack habe ich schon seit ich jetzt zur Schule gehe. Sieht ziemlich abgenutzt aus. Da, nimm doch die Nadel von dem Button. Fürs Schloss knacken. Kann man doch umbiegen. Spinde. Wir verwenden immer nur Büroklammern, um die Spinde zu öffnen. Es geht schnell und wir vergessen ohnehin nur unseren Zugangscode. Wenn ich eine Büroklammer hätte, könnte ich die Spinde öffnen. Also ich würde immer noch sagen, den Button runternehmen, das Ding verbiegen und schon hast du eine Büroklammer. Cafeteria. Ich habe gerade Unterricht. Äh, wo ist denn jetzt das Hausmeister-Ding? Schulflur 2, Wissenschaftslabor. Pausenplatz. Da muss ich wahrscheinlich weiter. Ah, da ist die Ashley. Hey, was ist los? Es ist verschlossen. Ich brauche etwas daraus, um die Fleischwurst zu testen. Ich habe versucht, es aufzubrechen, weil er es mir gezeigt hatte. Aber jetzt stellt meine Haarklammer darin fest. Hm, ich könnte mit einer Kleinen sagen, versuche sie rauszuholen. Aber, aber die sind in der Kammer vom Hausmeister. Der geht immer über den Mittag weg. Mal sehen, was ich finden kann. Danke, ich versuche in der Zwischenzeit weiter in sie rauszuholen. Eine Zange. Von wo soll ich eine Zange herbekommen? Amen. Vielen Dank. Vielen Dank.